Wir zahlen nicht für eure Krise. Unter diesem Motto demonstrieren am 12. Juni Tausende in Stuttgart und Berlin. Die Griechenland-Krise war nur der Anfang. Die Finanzkrise weitet sich aus und in ganz Europa schnüren die Regierungen Sparpakete. Bezahlen tun nicht die Profiteure und die Banken. Bezahlen tut die Mehrheit der Bevölkerung in ganz Europa. In Griechenland werden die Löhne im öffentlichen Dienst um 30 Prozent gesenkt, das Rentenalter um fünf Jahre hinaufgesetzt. Ähnliche Sparpakete werden in Spanien, in Frankreich, in Irland geschnürt. Auch die Bundesregierung möchte 10 Milliarden Euro einsparen und das wird sie tun im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich und anderen Bereichen. Und deswegen sagen wir, wir bezahlen nicht für eure Krise. Die Profiteure sollen zahlen. Wir brauchen eine Millionärsteuer, eine Finanztransaktionssteuer und vor allen Dingen brauchen wir den Widerstand gegen diese Art der Krisenbewältigung. Deswegen beteiligt sich die Linke an den Protesten. Vielen Dank.